Oh, mein Garten ist so schön und hey, du bist ja auch wieder da. Wenn dir die Videos auf dem Kanal IT gefallen, dann ist auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like da und abonniere den Kanal IT, um nichts mehr zu verpassen. Schreibt einen netten Kommentar. Aber wir Freunde, wir sind hier gerade wieder bei Mein Haus in Minecraft LP. Hier ist unser Lamborghini, den haben wir ja schon im letzten Video gefahren. Und heute Freunde, heute treffen mich mit meinem besten Freund Ente mit der Dünnerbude. Er hat gesagt, er will mir irgendwas mitteilen, ich weiß nicht was, aber er hat gesagt, er hat irgendwas Neues. Ich bin mal gespannt, was er Neues hat. So, ich würde sagen, wir machen mal die Tür auf, steigen ein, let's go Freunde. Und wir fahren erst mal mit unserem Auto, aber wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, so zack, zack, zack. Wir fahren erst mal hier um die Kurve und treffen uns mit Ente, let's go Freunde. So, hier in der Stadt sieht auch alles okay aus, es ist ja wunderbar, Freunde. Und da hinten ist schon ein Dünnerbude und wir driften mal hier so, wow. So, mal gucken, was neu ist. So, ich gehe mal hier rum. Und da drin ist schon Ente. Hey Ente, Bro. Was geht, IT? Was geht, Bro? Ja, was geht, Ente? Was machst du denn hier, ey? Hä, ich bin beim Dünnerbude, was soll ich denn sonst, Mann, IT, denn? Ich habe ein neues Haustier. Hä, wie, du hast ein neues Haustier, hä? Ja, ich habe mir jetzt einen Wolf gekauft, der ist richtig cool, guck mal den an. Hä, Ente, aber ist der nicht total gefährlich? Ich meine, wenn der irgendwas macht, ey, wenn er auf die Leute losgeht. Nein, der ist total süß, guck dir an, was geht, Wolf, der ist mega süß, Mann. Hey, das ist ja nicht irgendein Chihuahua oder so, das ist ja auch kein Yorkshire Terrier, das ist ein Wolf, Ente. Bist du überhaupt im Klaren, was du hier gemacht hast, ey? Hä, wieso, das ist Minecraft, IT, das ist ganz normal. Komm, streich dir auch mal auf, IT, pass auf. Oh, nein, 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 zurück, zurück mit dir. Nein, ey, was bockst du denn, IT, du wirst stehen. Hau, der mich ins Bein gebissen, Junge. Äh, hast du auch verdient, IT, wenn du den bockst, komm her, Mann. Ey, ich hab den nicht geboxt, Junge, der rennt mir mal hinterher, Ente. Halt entfernt von mir, ey, let's go. Stop, aus mit dir, aus, 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 so. Jetzt ist er ruhig mal, hör auf, damit, böser Hund. Ey, Ente, ich fühle mich irgendwie ganz komisch, der hat mir ins Bein gebissen, ey. Oh, IT, dazu wirst du vielleicht jetzt krank ausgehen oder so, wenn es dir nicht gut geht. Kannst du mich fahren, da steht auch noch ein Auto. Hallo. Äh, ja, gerne, IT, komm mit, steig rein, ne? Boah, ich muss mich, glaube ich, erst mal hinlegen, Ente. Oh, mir geht's gar nicht gut, ey, mein Bein tut sowas von weh. Oh, es ist gar nicht gut, IT, steig schnell ein, so, wir fallen jetzt so krank aus ganz schnell, ne? Boah, ey, das war nicht so eine klug Idee, von dir, sich einen Wolf zu holen, das hab ich doch gesagt. Hey, ich find den voll süß, IT. Ja, der ist ja auch süß und alles, aber der hat mich halt ins Bein gebissen, ey. Oh mein Gott. So, ich hab dir Spaß im Krack aus. Ja, ich danke dir, tschüss. Oh mein Gott, Freunde, ich muss mich erst mal ins Bett legen, ey, mir geht's gar nicht gut. Wo sind denn hier Betten, hier oben vielleicht? Hm. Ich glaube, hier sind die Zimmer, let's go. Boah, ich leg mich erst mal ins Bett, ey, ich muss erst mal mich hinlegen. Hä, 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 Moment mal, irgendwas ist anders, Freunde. Oh nein, nicht sowas schon wieder. Guckt das euch an, einfach. Wir haben uns in einen Wolf verwandelt. Ey, das ist alles bestimmt passiert, weil endes Wolf mich gebissen hat, ey. Oh mein Gott, das kann doch nicht fasern. Jetzt bin ich einfach kein Mensch mehr. Ich hab mich einfach in einen Wolf verwandelt, Freunde. Oh mein Gott, guck mal, wir sehen doch alles aus der Wolf-Perspektive. Das ist ja mal viel zu krass, Leute. Oh ey, ich muss endlich davon berichten, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Hätte nicht diesen doofen Wolf geholt, damit das alles nicht passiert, ey. Oh mein Gott, ey, der wird sehen, was er davon hat. Aber, Moment mal. Hä, wo ist Ente? Ente, wenn ich den in die Finger kriege, ey, dann setzt es was. Oh mein Gott, Freunde, da hinten ist der, glaube ich. Ich hab ihn grad gesehen, bei der Stadion Performance hier. Oh mein Gott, ey. Hey, Ente. Hey, Hausdüren sind ja nicht erlaubt. Raus mit dir, kleiner Hund. Ey, ey, ich bin kein Hund. Ich bin Artie, Ente Mensch. Hallo, Hundi, ich versteh dich nicht. Ich kann kein Wuff-Wuff. Geh raus mit dir, raus. Du bist nicht stumm rein. Weg mit dir. Stell dich raus hier. Ey, das gibt's doch nicht, Freunde. Der versteht mich nicht mehr. Der versteht wahrscheinlich nur Wuff-Wuff. Ey, das kann auf keinen Fall wahr sein. Wisst ihr was, Freunde? Wir werden erstmal jetzt ein bisschen träumen. Denn ich hab auch scharfe Zehen und kann Ente auch einfach mal beißen. Let's go! Oh mein Gott, das wird viel zu krass werden. Der sieht uns wahrscheinlich gar nicht. Wir schleichen uns an. Was macht der da hinten gerade? Der läuft da rum? Hm. Der schraubt dann irgendwelchen Autos rum. So, Moment mal. Ich würde sagen, der ist gerade hier am Kofferraum. Wir schleichen uns von hinten an, Freunde. Und in den Ränder. Au, hey. Holt, verschwinde hier. Was beißt du mich hier? Weg mit dir. Oh mein Gott. Hör dich zu was zogen. Weg, du Straßenhund. Oh mein Gott, das ist ja viel zu krass, Leute. Das gleiche machen wir gleich nochmal. Der ist ja wahrscheinlich wieder am Arbeiten gleich. Oh mein Gott, ey. Moment, wir gucken, was der macht. Der macht irgendwie... So, erstmal hier das Auto. Wir prüfen alles. Reparieren, Motor austauschen. Der tauscht den Motor aus, Leute. Der hat doch keine Ahnung, was sich jetzt erwartet. So, zack, 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 zack. Ruff, ruff, ruff. Wer will dir so rumfahren? Hey, du bist wieder. Nimm das Hund. Oh, der hat einen Flammenwerfer oder sowas. Komm her. Eine Schrorenflinte, Leute. Noch besser. Der kann ja gar nichts machen. Au. Oh mein Gott. Komm her, du blöder Hund. Ich mach dich fertig. Au, au. Warte, wir müssen erst was essen. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott, doch noch ein halbes Herz, Leute. Was findet ihr? Oh, oh. Ey, das war ja echt gefährlich. Oh, Haarfreunde. Das war ja echt heftig, Mann. Und guck mal, da ist sogar sein Hund. Oh, na. Wie geht's dir so? Alter Schwede, meint ihr, wir können mit dem reden? Das wäre ja immer viel zu Chris Ruff, ruff, ruff Hey, wie geht's dir so? Hey, mir geht's gut und dir? Warte mal, du riechst ja genauso wie jemand, den ich neulich gebissen hab Hä, wie? Ich rieche genauso wie jemand, den du neulich gebissen hast Neulich hab ich also in einem komischen rosa Typen rumgenagt und der hat genauso gerochen wie du Hä, das kann nicht sein, ey Ja, natürlich, aber sag mir bis zum Neunerstand, ich hab dich ja noch nie gesehen bis zum Neunerwollst Ja, ich bin neu in der Stadt Ich bin einfach Riechst du komisch, du riechst ganz seltsam ganz, ganz komisch, Riechst du Riechst du nicht komisch? Das ist mir echt viel zu doof, Leute Ey, oh mein Gott Mal gucken, was Ente gerade macht Das ist ja mal richtig Chris Oh, oh Oh, da ist er gerade Oh, sieht er uns nicht Ich muss mal da mal holen, was mit dem los ist Oh, will der nicht mehr reinkommen? Holdi, was ist los mit dir? Ich versteh dich nicht Ich nehme mich jetzt einfach mit Komm rein Hey, du hast der böse Hundi Hundi, hilf mir Greif ihn an, greif ihn an Los, greif an Ich bin mit mir Ich bin mit mir fertig Komm her Was kann du mein Besitzer an? Oh, oh Oh, oh Oh, oh Wir müssen Los, hol die Greif an Hey Hey, das ist Oh mein Gott Mein Hundekampf Oh, oh Du hast keine Chance Gegen mich Du gespeist Ich bin kaputt Komm her Ja, du hast gar keine Chance Mensch Oh, der ist gar nicht so schwach, Leute Wir sollten Geschleunigst nach Hause gehen Los, hol die Verzeuge mich Oh, der hat keine Chance Leute Boah, ey, aber mir wird schon wieder so schwindelig gerade, Leute Oh Ich glaube, wir sollten uns erstmal irgendwo hinlegen, ey Wie wäre es denn hier? Hier ist zwar McDonalds und alles, aber Oh, ich lege mich jetzt einfach hier auf den Tresen hin und schlafe erst mal eine Runde Hä, was ist denn jetzt passiert? Jetzt bin ich ein größerer Wolf geworden Hä, ich habe geschlafen und bin jetzt einfach zu einem krasseren Wolf geworden Boah, ich bin Boah, Leute, guckt euch das mal an dem Gegensatz hier in Village an Ich bin ja jetzt riesig, ey Das kann doch nicht sein Oh, oh Mal gucken, ob dieser Ob ente da ist Hä, das ist doch viel zu krass, Leute Man ist ja noch bei Stani Performance da hinten Hä Oh, ja, da Da, da war der So, kleiner Wolf, ich habe jetzt ein Flammeer vergrüßt, das ist mit der Böse Und ich mit der Kräfte anverfeuere ich den einfach Oh, oh Habt ihr das gesehen, Freunde? Der will uns einfach verfeuern Das ist ja mal ultra Chris Aber wir, Freunde Wir werden jetzt erstmal wieder zuschnappen Hey, ich habe da draußen was gehört Wer war da? Oh, oh Wir müssen den auf jeden Fall wieder in den Hint abbeißen Ey, das wird so lustig werden Oh, oh Der andere Wolf riecht doch einfach Was, kleiner Wolf, ich verstehe dich nicht Ich hör nur den Bellen, Mann Was spielst du die ganze Zeit hier rum? Ich kann mich nicht verstehen, oder was? Ja, das ist nicht der Wolf Ich erzähle nicht Hallo, kleiner Wolf Beruhig dich doch Weil ich verstehe dich nicht Weil ich verstehe deine Sprache nicht Wir zeigen dir jetzt mal Wir zeigen dir jetzt mal Aus welchem Holz wir geschnitzt sind Oh mein Gott Der ist ja schon wieder da rumgegangen Aber ich glaube, der sieht uns nicht Und jetzt können wir einfach mal Moment, wir machen mal so Zack, zack, zack Und jetzt beißen wir ihn in den Hinten Oh, was ist das? Hey, was ist das für ein großer Wolf? Hilfe! Hilfe! Kleiner Wolf, verschwinde! Oh mein Gott Und den anderen Wolf Was ist denn da passiert? Greif mal, kleiner Wolf Oh, der hat einen Flammenwürfer Oh oh Moment, er fällt einfach schnell Seinen eigenen Wolf Wenn wir Glück haben Oh nein, kleiner Wolf Ich kann nicht Bitte, ich will dich nicht treffen Komm her Oh oh Ey Ja, ich habe ihn getroffen Greif jetzt an Oh mein Gott Was ist denn da passiert, Leute? Komm her, kleiner Wolf Wir sind in die Flucht geschlagen Verschwinde, Riesenwolf Ja Weg mit dir Au Er hat einen Flammenwürfer Das ist ja viel zu doof Hilfe, Hilfe, Hilfe Ah, Hilfe Au Mein Flammenwürfer ist schnell Nein, nein, Hilfe Bitte, Hilfe Ich werde dir zeigen, was du davon hast Mich anzugreifen, ey Oh, ich muss weg Ich muss ganz schön weg Hier, kleiner Wolf Halt die Stellung Ich fall jetzt erst mal weg Ich muss flüchten Weg hier Oh mein Gott Freunde, er ist einfach geflüchtet Ich hoffe, er hat nichts vor, ey Moment, ich rede erst mal mit dem anderen Wolf hier Hey, warum macht dein Besitzer sowas? Ey, 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 ey Du bist roh, da wolltest du was auf dich Beißen, ne? Was, Beißen? Ey, ich wollte dein Besitzer beißen, weil der es auf mich abgesehen hat, ey Nein, ich glaube nicht, weil ich glaube, du bist Du bist wieder roh, dein Typ von vorne Ach, mach dich weg hier Ey, ja, 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 ich bin kein echter Wolf Sie ist genau, ich riecht das Hä, wie, ich bin kein echter Wolf Du bist kein echter Wolf Du bist kein echter Wolf Du bist ein fake Wolf Oh, Freunde, ich glaube, er hat es irgendwie gewittert Wir müssen, wir müssen mal sehen, dass wir Dass wir irgendwie uns zurückverwandeln wollen Aber weißt du was? Weißt du, wenn er sich engagieren wird? Hä, was? Wen wird das interessieren? Weißt du, wenn er engagieren wird? Wie engagieren? Kennst du schon den Wolfjäger? Den Wolfjäger? Ja, der jagt Wölfe Du meinst doch nicht etwa Ente wird einem Wolfjäger engagieren, der es auf mich abgesehen hat, oder? Ja, klar wird er engagieren Oh, oh Ja, muss ich sagen, glaub mir, du wirst nicht mal lange zu leben haben Oh, oh, den Wolfjäger klingt nicht so gut Wir müssen am besten abhauen, ey Wir müssen uns irgendwo verstecken Nicht, dass der Wolfjäger an mich kriegt, ey Am besten Ja, ey, Wolfjäger Ich glaube, ich bin schon auf dem Weg Der Wolfjäger ist auf dem Weg? Moment mal Oh mein Gott Da hinten ist ein Wolfjäger Au Oh mein Gott, Freunde Der ist immer richtig stark Hey, du da Bleib stehen, du dober Wolf Ich find dich Ich hab dich Ich hab einen Auftrag Und ich werde dich jetzt auseinandernehmen Hä? Wirst du nicht, ey? Oh mein Gott Ich versteh dein komisches Gehäule nicht Aber du wirst jetzt zur Strecke gebracht Nimm das Ruff, ruff, ruff Ruff, ruff, ruff Nimm das Du hast keine Chance gegen mich Denkst du, ich hab schon viel größere Wolfe als dich erlegt, hä? Oh, der ist echt heftig, Leute Wir sollten uns Wir müssen uns irgendwo verstecken Oh mein Gott Ich hab nicht mehr viel Energie Vielleicht Wie wär's denn Wie wär's denn im Waschsalon? Glaubt ihr, der findet uns da? Oh mein Gott, Freunde Ich kann nur die Färten lesen Ich weiß genau, wo lang du gegangen bist Sieht der uns hier Es könnte anders Ich sehe deine Färte, kleiner Wolf Ich werde dich finden Und ich werde dich zur Strecke bringen Oh oh Wo könntest du sein? Bist du zufällig hier im Waschsalon, kleiner Wolf? Oh mein Gott Wir verstecken uns hier mal in kapulten Geldding Und gehen dann einfach, Freunde Kleiner Wolf, wo bist du? Ich bin hier oben Ich wette, dass du Werde für die Schnauze ziehen Oh oh Leute Ich mach aus dir einen Bettvorleger Hoffentlich findet er den Geheimgang nicht Oh oh Oh, ist da jemand hier unten, kleiner Wolf? Oh Echt? Hier steckst du fest Oh mein Gott, Freunde Wir müssen hier schleunigst raus Haben wir nicht irgendeine Möglichkeit, hier zu fliehen? Hä, Moment mal Ich hab eine Idee, wie wir fliehen können Wir fliehen einfach durch den Geheimgang, den Stanley hier gegraben hat Tschüss Kleiner Wolf, ich hab was für dich Wo steckst du? Oh mein Gott, Freunde Ey, der wird mich nie erwischen Das ist ja mal zu krass Ich bin hinter dir, kleiner Wolf Oh oh Komm her, kleiner Wolf Nimm das hier Machst du Feuer? Oh 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 mein Gott Hä, hier liegt ein Mining Grill Bleib stehen, kleiner Wolf Komm her Oh mein Gott, Freunde Wir können einfach fliehen von dem Typen Bleib stehen, kleiner Wolf Ich find dich Ey, der wird mich niemals finden Oh mein Gott, hier sind noch versteckte Autos von Stani einfach So, wir machen die Tresor zuerst mal zu Zack, zack, zack Gib das, kleiner Wolf Oh, ey Oh, was ist das denn? Stinkbomben oder so Aber ich fühl mich schöner so schwindelig Oh mein Gott Bleib stehen Oh, wir verstecken uns erst mal in der Tankstelle Oh 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 Hä? Moment mal, wir haben uns einfach in einen Werwolf verwandelt Hey Arrr Hey, warte mal, warte mal Was ist das für ein großer Wurf? Den würde ich nicht bezahlen Hey Oh mein Gott, wir haben die Mining Drill noch Wir werden es einfach mit ihm aufnehmen jetzt, Leute Ähm Dafür habe ich keine Bezahler bekommen Hey Ich muss den ganz schön weg 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 Oh mein Gott, Freunde Der hat einfach Angst vor uns Wir haben uns in einen mega krassen Werwolf verwandelt, Freunde Das ist ja mal viel zu krass Aber Moment mal Ich jag jetzt erst mal Entes Wolf ein bisschen Angst ein So Mal gucken, was er zu mir sagt Hey Hey, du Hey, warte mal Was ist denn bei mir? Alter, bin ich so groß Siehst du nicht, wie groß ich geworden bin? Ich zeig's dir jetzt Du bist immer noch der selbe von damals Ah, lass mich ruhig Ah Oh mein Gott, Freunde Wir haben die mit einem bisschen einfach zur Strecke gebracht Das ist ja mal viel zu krass Aber wo ist Ente eigentlich? So Der Werwolf müsste ja mittlerweile weg sein Der Werwolf hier hat bestimmt seine Tasche getan Hey Und jetzt kann ich mal meine Autos schrauben Hey Oh, wer bist du denn? Wow, ich verstehe nicht Ja, bitte lass mich am Leben Was habe ich dir getan? Ich bin ein gefährlicher Werwolf Und ich werde dir zeigen, wo es lang geht Oh mein Gott, Freunde Verschwinde hier Ich verschwinde ja schon Ey Oh mein Gott, Freunde Der ist ja echt nicht von schlechten Eltern, dieser Flammenwerfer Oh 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 Oh, hoffentlich sieht er uns hier oben nicht Wo steckst du? Wuff, wuff Ah Oh mein Gott, Freunde Wir müssen abhauen, ey Aber schnellstens Ah Ich werde dir zeigen, wo es lang geht Oh mein Gott, ich habe ja noch den 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 Draperer hier Guck mal, ich mache alles kaputt Ich bring dir gar nichts Wollfeu auf, damit ich flabiere dich Ah Oh mein Gott, gegen Feuer kann ich echt mit dir ausrichten Oh 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 Aber mir wird schon wieder ganz spendelig Ähm Oh Oh Einti, Einti, wache auf Einti, Einti, wache auf Einti, 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 hast du den großen Wolf gesehen, der herumgerett ist, ich jag den grad Einti, ein großer Wolf Ich muss Ja, wo ist der Ich muss dir was verraten, Einti, der große Wolf war ich Hä, was laberst du, wie Ja, ich habe mich einfach in einen Wolf verwandelt, nachdem dein Wolf mich gebissen hat Und was hast du mit meinem anderen Wolf gemacht? Ähm, wer ist in Urlaub gefahren? Einti Einti, hör auf mich anzugreifen, Einti Komm her Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar Und ich will jetzt sagen, tschüss